einen wunderschönen guten tag leute willkommen zum kleinen kurzen inter warum will ich immer interview sagen info video wie im hintergrund schon seht habe ich ein spiel an was ich mal wieder ausgegraben habe nach langer langer zeit und zwar werden wir mal wieder arg spielen und streamen und zwar wird es nämlich eine neue let's play staffel geben die hier auf der answer map spielt das ist eine halbwegs neue karte im store ich habe die persönlich noch nie gespielt kann ich hier mal kurz zeigen ja okay mit aussicht ist hier gerade nicht viel also ich persönlich habe die noch nie gespielt ich bin mega gespannt drauf und vor allem haben wir zusätzlich zur answer karte auch noch die transformation mod drauf die der liebe kollege herr matschi mittlerweile schon fleißig let's play it und ja wir werden da auch eine kleine staffel zu machen die answer map transformation mod wir haben da noch eine drachen mod mit drauf und dann wird es hier eine neue arg staffel geben auf der karte mit der mod ja und zwar werden wir gott ich sagt viel zu oft und zwar sorry leute dafür wir werden das let's play live ok ihr seht schon das wird sehr skill lastig das let's play also ihr werdet nicht einen tod sehen ich werde hier nur gewinnen wir werden es hochbauen alles zähmen ohne einmal zu sterben und dann sterbe ich beim spawn genau das let's play wird live bei twitch gestreamt und aufgenommen das heißt ich werde jetzt immer auf twitch mark öfter streamen und aus den streams geplant immer so zwei stunden werde ich mir dann so zwei bis drei folgen zurechtschneiden das heißt wenn ihr bock drauf habt könnt ihr live im let's play dabei sein ein bisschen gucken was wir so machen ein bisschen eure ideen mit einbringen sagen komm hier zählen wir das baum das wie sieht es denn da aus und so guckt ihr mal das und das an und ich werde auch versuchen mal sehen ob es klappt auf episch zu streamen ich muss jetzt arg erstmal nochmal neu starten aber ich habe das spiel jetzt mal auf episch geladen gucken ob die fps und alles das mitmachen müsste aber eigentlich wenn keiner weiter auf dem server spielt ich habe mir nämlich fürs let's play auch wieder einen neuen server angelegt zehn slots und password protected und mal sehen eventuell werde ich früher oder später wenn wir hier mit der halt diese möwen wenn wir mit der staffel hier relativ weit sind auch mal ein zwei leute hier mit auf dem server lassen die bock darauf haben sich benehmen können und hier mitmachen wollen und ja dann gibt es wieder arc streams in arc let's play oh wow ich bin ohne ausdauer ins wasser gegangen oh gott ich bin so ein fucking noob ja leute ihr seht schon worum sich das let's play drehen wird ums scheitern ums sterben ums kämpfen ums irgendwelche tabs aufmachen im hintergrund ne ähm also ich freue mich mega drauf ich habe voll bock drauf einfach mal wieder ein bisschen arg zu zocken eine neue karte eine neue mod vielleicht hockt es mich jetzt mal wieder ein bisschen ich habe ja eigentlich auf aberration gewartet dass wir eigentlich anfang november mit aberration loslegen können aber so wie das bei arc hier aussieht und so wie wir erkennen ähm ja wird wohl aberration noch eine weile auf sich warten lassen deswegen kommt jetzt das let's play mit ein paar streams ähm wahrscheinlich wird die nikki mitmachen also ich werde hier nicht alleine die ganze zeit euch volltexten und euch zeigen wie ich sterbe sondern die nikki wird da auch mitmachen und ja ich denke mal das soll so als kleines infovideo für oh gott oh 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 ich will nicht oh gott man warum tust du mir das anspiel ich will doch ich will dich doch ich will dich doch spielen oh gott ja okay wow ne ähm wir werden uns gemeinsam die karte angucken anser map und die transformation mod die bringt jede menge arpex und gamma alpha und jede menge viecher mit rein oh geil der weltenbaum ictrasil oh gott ich werde sterben wow ich habe es überlebt ictrasil der weltenbaum geil oh ja auf der karte gibt es auf jeden fall richtig viel zu erkunden in den mods gibt es richtig viel zu sehen ich freue mich schon ein bisschen ja doch ich freue mich schon drauf und zwar wird das ganze ab heute um 20 21 aber ja doch also ich plane damit auf twitch um 20 21 uhr anzufangen mit den live streams und mit schneiden und allem drum und dran wird das let's play wahrscheinlich ab montag auf youtube starten also wenn ihr bock habt ihr könnt heute schon auf twitch dabei sein wenn nicht ab montag hier bei youtube aber ja ihr kennt mich ja ich bin mit wildcard verwandt also kann auch sein dass es nicht ganz 20 uhr wird können wir den baum hier eigentlich abbauen ictrasil genau also ja ich freue mich wenn ihr dabei seid ihr seht schon hier fliegen auch ein paar drachen rum im eisgebiet ich habe voll bock drauf würde mich mega freuen wenn ihr dabei seid im stream wie auch auf youtube in den videos in den kommentaren ja oh gott ist das nur alpha wippern es fängt schon gut an oh gott wir werden hier so dermaßen untergehen ja ich hoffe ihr seid dabei falls nicht ein wunderschön schönes wochenende euch noch schönen samstag und vielleicht sehen wir uns ja bis dahin ciao tschü tschü